Konstruierte Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, um Aufdecker abzuschrecken. Diese scharfe Kritik an den österreichischen Behörden üben 15 Menschenrechtsorganisationen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht irgendwer, sondern Julian H., also jener Mann, der im Jahr 2017 das Ibiza-Video gedreht hat. Die Folgen seines Machwerks haben mir die Innenpolitik auf den Kopf gestellt. Morgen steht Julian H. vor Gericht, allerdings wegen Drogendelikten. Umringt von Justizwache Beamten in Zivil wird Julian H. im April von der U-Haupten in den Untersuchungsausschuss gebracht. Dort beklagt sich der Ibiza-Detektiv immer wieder über völlig überbordene Ermittlungen gegen ihn, die Mundtob machen sollten. Heute bestätigen ihn 15 Menschenrechtsorganisationen per offenem Brief. Die Botschaft, mit der sich 15 Menschenrechtsorganisationen heute an die Öffentlichkeit wenden, ist, dass wir aufgrund der Akten die starke Vermutung haben, dass es hier um einen Einschüchterungsversuch geht. Dass Menschen wie Julian H., die zu viel Wahrheit ans Tageslicht fördern, einfach mit aller Härte des Staates verfolgt werden, auch über Ländergrenzen hinweg. Besonders entlarvend sei, dass auf den Macher des Ibiza-Videos Julian H. ganze 17 Polizeibeamte der Soko-Tape angesetzt wurden, während man sich beim Hauptprotagonisten Heinz-Christian Stache auf drei beschränkt hat. Und Thomas Lohninger vermutet sogar, dass einige Vorwürfe gegen Julian H. schlicht konstruiert wurden. Es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass Ibiza-Video, das ja legal war, aufgrund von österreichischer und deutscher Justiz, konnte nicht herhalten und deswegen hat man andere Vorwürfe vorgezaubert. Tatsächlich startet morgen in St. Pölten der Prozess gegen Julian H. Doch dabei geht es nicht um Ibiza, sondern um mutmaßlichen Zuchtgifthandel. Das Justizministerium betont heute gegenüber ATV, ermittelt werde auf Basis der geltenden Gesetze ohne Ansehen der Person, auch wenn es sich dabei um einen Whistleblower handelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020